Wir knacken übrigens demnächst die 200 Folgen auf YouTube mit Assassin's Creed. Es ist schon echt heftig. Oh, der haut aber richtig zu. Ich will doch ausweichen. Komm schon. Wow. Ey, hallo? Au. Oh, der haut zweimal. Wir fehlen noch ein paar Löcher. Aua. Au. Weil ich mich gerade geheilt habe. Dass ihm das auch scheißegal ist, dass ich jetzt schon vier Pfeile reingesenkt habe. Das ist ihm einfach scheißegal. Ich werde dich überall verteilen. Au. Au. Aua. Steh auf, ey. Oh, jetzt kommt da noch so ein Kleiner dazu, ne? Stirb doch! Geht doch. Oh, doch. Jetzt habe ich wieder zwei Pfeile. Was macht er? Was macht er? Ei, 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 ei. Also indisch, äh, überhaupt so asiatische Küche finde ich ultra lecker. Es ist auch egal, ob indisch, chinesisch, thailändisch, japanisch. Dein Name hat so klar, dass mein schneller tot, wie er auch lautet, ist auf ewigem Fleck. Mein Name ist Hauser. In meinem Haus findest du Silber. Sorg dafür, dass es gut und leichtfertig ausgegeben wird. Okay. Gut und leichtfertig. Äh, wer war das jetzt da unten? Horsa. Myrmine. Das nie lächelnde Gesicht von Horsa, den man auch Myrmine nennt, lässt das Blut seiner Gegner zu Eis erstarren. Und das nicht ohne Grund. Horsa ist absolut zuverlässig und arbeitet oft für die Drehbank. Okay. Für die Drehbank, aha. Rüstungsruhne. Und ein neues Medaillon, was wir dann irgendwann Heitam geben können. Huch, hier sind aber viele. Bin ich das? Sehe ich anders. Nee, er war nie da. Aua. Na, schön. Super. Den letzten Pfeil daneben geschossen. Hör doch auf mit dem Blödsinn. Haben wir hier sonst noch jemanden? Nö. Okay, dann gehen wir erstmal da hinten das Artefakt holen. Vielleicht finden wir auch so den einen oder anderen Pfeil. Ein bisschen Nahrung könnten wir auch gebrauchen. Oh, da ist ein Schlüssel. Ja gut, hat ja nicht so gut funktioniert. Moin! Da komm ich nicht rein. Tja. Tja. So, Schlüssel, plündern. 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 Jetzt kommen wir da drüben nämlich rein und können uns hier drinnen vergnügen. Oh, okay, das ist ein Dingsgefecht. Zack, beide auf einmal. Sehr gut. Was ist jetzt der letzte? Hm. Keine Ahnung. Weg. Ein Opal. Nee. Ah, ein römisches Artefakt. Die Frage ist jetzt aber gerade. War es das hier, oder? Ja. Äh, warte mal. Wir müssen da runter. Dann würde ich, glaube ich, erstmal da hin. Und dann schauen wir weiter. Das könnte ganz gut sein. Ich warte mal. Eine Sache wollte ich jetzt nochmal gucken. Und zwar haben wir die anderen Sachen denn vollständig. Legerakresta. Da fehlt mir immer noch ein Artefakt und ich weiß nicht, wo das ist. Legerakresta. Wenn ihr irgendwo was Weißes leuchtet seht. Das ist aber schon... Snottinghamshire. Das ist... Krobbeshire. Und den Legerakresta. Ich finde dieses letzte Artefakt nicht. Das hier ist Lincolns Schei. Da sind wir aber noch nicht mal mit Dings drin. So, hier ist... Hier fehlt noch ein Rätsel. Das ist aber das. Dafür brauchen wir die Fische. Äh, hier ist Engler. Fehlt noch einmal Reichtum. Das kriegen wir, wenn wir sie hier besiegen. Das ist aber Level 340. Ich könnte es einmal probieren. Probieren wir einmal die letzte Schwester. Vielleicht funktioniert das jetzt. Ich bin fast 200. Ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. East Engler. Ich gucke einfach mal, ob ich die letzte Schwester hinkriege. Mehr jetzt, dass ich draufgehe, kann ja nicht passieren, ne? Und wir müssen irgendwie noch mal gucken, dass wir die letzten Fische noch kriegen. Also neunmal diesen kleinen Fluss wälz. Dann können wir nämlich in der anderen Geschichte da auch die Opfergabe machen. Und dann hätten wir da nämlich auch das letzte Rätsel gelöst. Hm. Wie viele Pfeile habe ich? Zwei. Das ist nicht viel. Gucke ich mal, dass ich hier die Pfeile irgendwie noch zusammengesammelt bekomme. Hm. Das war nur Kohle. Das waren keine Pfeile. Ha. So. So. Das waren aber alles keine Pfeile. Ha. Naja, egal. Ich glaube, so viele Pfeile brauchen wir für die auch gar nicht. Das war bei der anderen ganz praktisch. Aber hier... Gucke ich nochmal. Hast du Pfeile? Nope. Hingekritzeltes Gebet. Vater Lerion, erschaffen aus Eiche und Stein, Donner und Wind. Aus Wodens Sippe warst du. Hast du dich nie hinabgebeugt, um die Tochter zu sehen, die dich am meisten liebt und in deren Erinnerung du lebst in Flammen als Herr über alles? Hm. Ich laufe hier gerade einmal außen rum. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob ich hier noch viel... Gucken, hast du noch irgendwie Pfeile in dir drin stecken? Ja, warte. Gib mir den Pfeil! Och nö, warum? Okay, dann speichern wir eben. Dann brauche ich nicht jedes Mal wieder alles einsammeln. Und dann schaue ich mal, dass ich hier Madame fertig kriege. Wo ist die Leiche? Da. Gucken, nochmal Pfeile. Der schlechtest animierte Blitz seit Playstation 2. So, also Cordelia haben wir ja schon häufiger gehört. 340, das ist halt richtig heftig. Ich muss einfach nur vorsichtig sein. Immer schön auf Abstand. Oh mein Gott! Deine Tricks bringen mich nicht zu Fall. Aua. Oh. Au. Warte. Juck. Oh Gott. Sanenspannung. Oh mein Gott! Hm. Loh, der Säger. Loh. Okay, das lassen wir, glaube ich mal. That is, that is außer Diskussion. Also, ich bin dafür nicht gemacht, wenn das jemand anders in dem Levelbereich schafft. Herzlichen Glückwunsch. Ich nicht. Puh. 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 Puh.